Ein Hinweis habe ich schon bekommen von der Welt, die Musik muss man lautern, sonst funktioniert sie nicht angeblich. Hinten wird es dann noch ein bisschen lauter, im Endeffekt ist dann nicht klar der günstige Raum dafür. Aber damit sie eben auch ein bisschen, wie gesagt, Bums haben, Tristan, lauter. Noch ein kleiner Hinweis, die letzten Jahre sind die beiden immer, sie hatten nicht gegeneinander, aber die so miteinander aufzunehmen. Die Gitarre hatten weitergemacht und Lukas im Schlagzeug, namens Dürr, die können wir doch mal aus dem Schlag machen. Und jetzt gibt es eine Bärin, hier ist ein Bärin und wir hören Metall. Die Gitarre hatten eine Bärin, hier ist ein Bärin, hier ist ein Bärin. Die Gitarre hatten eine Bärin, hier ist ein Bärin, hier ist ein Bärin. Die Gitarre hatten eine Bärin, hier ist ein Bärin, hier ist ein Bärin, hier ist ein Bärin. Die Gitarre hatten eine Bärin, hier ist ein Bärin, hier ist ein Bärin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020